So, hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, einem wunderbaren Jedi. Ähm, vollen Order. Ähm, ich hab vergessen aufzunehmen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben nicht viel gemacht. Also, äh, wir gehen mal jetzt ein Stockwerk nach oben. Nochmal. Ich will hier, genau. Also, wir sind, äh, mit dem Aufzug hier hochgefahren. Und da waren eben diese, äh, Stormtrooper, ne? Genau. Und die haben wir dann besiegt. Also, die waren relativ easy. Ähm. Ähm, und dann, äh, bin ich aber gleich wieder zurückgegangen, weil ich gesehen hab, dass wir hier, ähm, noch ein Geheimnis haben, was ich noch nicht gesehen hab. Aber wir haben hier jetzt alle, ähm, Eingänge gecheckt. Alle Secrets, also, beziehungsweise, alle... Warte, äh, genau, hier. Ah, nee, nee. Ah, uh, ja, genau. Ähm, ich dachte gerade, wie, äh, es gab hier noch Truhen. Äh, genau. Es gibt noch zwei Truhen, die ich noch nicht gefunden hab. Und ich bin hier eigentlich relativ überall, äh, rumgestapfelt. Also, hier war ja eine Truhe. Nee, hier war ein Geheimnis. Aber... Ja, wo, wo noch irgendwie Truhen sind, äh, weiß ich nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall, ja, wieder zurückgehen. Zurückgehen. Und, äh, wenn wir irgendwas auf der... auf dem Rückweg finden... Ja. Äh, wenn wir das... uns holen. Aber... Genau, der ist ja wieder da. Den haben wir auch, äh, gewählt. Wow. Yo. Ah, genau. Wir haben... äh, ich hab, äh... Äh, nee. Ich weiß nicht, ob das... das, äh, letzte Mal war. Also, ob ich das aufgenommen hab, oder nicht. Äh, dass ich, ähm, äh, Skills gemacht hab. Also, mich, äh, äh, geskillt hab. Äh, weiß ich nicht, ob ich das, äh, euch gezeigt hab, oder nicht. Auf jeden Fall, wenn nicht, ähm, hab ich, äh, jetzt, äh, geskillt, dass die, äh, Heilung besser ist. Also, die, äh, äh, die Heilung von BB, BB-1 ist besser. Dann, ähm, hab ich noch geskillt. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich mach immer aus Versehen, ähm, 1 statt 2. Genau, hier war eine Truhe. Ja. Genau. Hier oben haben wir den hier. Ich schau aber noch mal, ob wir da oben nicht irgendwie anders, ähm, hätten gehen können. Ja, zu kamen wir nicht mehr. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen, aber ich glaube nicht. Okay. Gut, dann gehen wir hier hin. Genau, hier sind, äh, sind wir rübergejumpt und da haben wir ein Artefakt gefunden, beziehungsweise ein Echo. Und, äh, das hieß, dass, ähm, oder das zeigte, dass die, äh, hier alles selbst zerstört haben und anscheinend in rasender Wut. Ähm, genau, vielleicht, also entweder sie sind der dunklen Seite, ähm, verfallen oder nicht. So. Das ist auf jeden Fall mal das, äh, ein Wort zum Sonntag. Ähm, genau. Hier kommen wir ja her, ne? Genau, hier ist, äh, Genau, hier, schau mal, äh. Oh, wie ihr... Kacka. Die machen wir alle denn wirklich aggressiv. So. Genau. Genau. Genau, hier sind wir runtergerutscht. Aber hier gibt's nichts zum zerstören. Hier gab's nur das da unten. Haaa... Irgendwas übersehe ich hier, aber ich weiß nicht was. Genau, hier kommen wir nicht runter. Da oben gibt's auch nix. Hier gibt's auch nix. Hi. Hier kann ich ja nicht hoch. Ich will aber da rein. Ich will aber da rein. Hi. Habt ihr? Ach, ich will es nicht nachvollziehen. Hach, ich will das mal zu dem. Dschüss. Aber wenn du das mal auf und schraubst, wasst mal ein Milch der Spannung gesetzt? Auf jeden Fall. Hach. Gellі. Und dann. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr von oben ansteigen? oh Blah, blah drehe ich mal um gut ich gehe noch mal da rein so genau ich aber ich weiß nicht wo diese truhen sein soll genau hier war das ja egal gut haben wir nicht gefunden dann gehen wir jetzt ja gehen wir wieder hoch gleich gehen wir hoch gleich wir gehen noch wir gehen die ersten meter hier hin bis zur großen rutsche genau da hoch kam mir da hoch kam mir nicht da hoch kam mir nicht hier war doch irgendwie so ein schlumpf hier ist die große rutsche ich weiß wirklich nicht wo wo die nächsten oder die die truhen sein sollen keine ahnung gut wir gehen hoch voll die Zeitverschwendung ein bisschen tut mir echt leid ich dachte wir haben hier voll irgendwas heftiges verpeilt vergessen ich bin die kugel so naja gut also dann eben nicht gleich sind wir soweit gleich sind wir da nur noch ein glitzig kleines bisschen super und bitte ausruhen super vielen dank und jetzt geht's los ich schaue gerade nur so blöd weil hier war eigentlich einer hier war eigentlich ein trooper derzeit nicht gecheckt also genau die truhe da oben habe ich die truhe da oben habe ich ja gefunden da war so ein Lichtschwertgriff also nichts besonderes warum sind wir immer noch hier auf diesen planeten gibt es nichts vielleicht irgendein historisches angebakt oder sowas immerhin graben wir wen interessieren schon steine und alte tonkrüge das erfährium offensichtlich wären wir nicht hier halt den Mund Zeit das ging schnell und der da oben ist auch nicht mehr da krass ja okay cool gut Prozent wie sie es denn hier aus hier haben wir alles erkundet wir können weg das wollte ich hören Dankeschön hier sind zwei Prozent trooper weniger gespawnt interessant genau da da oben war auch noch was also ich hier drin aber nichts super duper besonderes was ist hier denn ah das war das von der anderen Seite was wir gehört haben also ähm mit dem Shuttle da haben wir ja so stimmen gehört was soll das grabt weiter ich will seltene Artefakte keinen wertlosen Firlefanz Eishöhlenausgrabung äh ein kaputter Topf den die äh den die für Projektbohrer verantwortlichen Offizieren zerschlagen hat sie war wütend weil sie ihn nicht fand wonach sie suchte ja ja oh nein wieso macht ihr das und Entschuldigung ja und jetzt ah cool danke oh Alter noch mit Speedboost und er hat mich festhalten ok wieso sollte man auch sich festhalten ich werde hier voll weg geschneuert was ist los ah oh Gott hä wie wie ich äh wieso macht ihr das jetzt Junge einmal ist es zu früh einmal ist es zu spät ja wenn wenn ich es noch früher mache dann erwischt er das Ding nicht ich checke es nicht greift ihr einfach ahhh niemals wieder das war scheiße ah man ähm nein nein ich ich nein ich will wieder runter nein da war ein save point lass mich wieder runter lass mich sofort runter was ist los lass mich sofort runter was ist los ja durchbohr doch mal in die die wand mach doch was sehr nützliches mit deinem Lichtschwert was passiert hier ist das jetzt eine Falle oh 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 oder es war einfach nur ein Aufzug ach hier sind wir ok tu mich wieder runter runter gibt es hier irgendeinen Knopf ich will wieder runter und ich will nicht hier nochmal die äh die warte ich ich nehme nicht nochmal die die blöde Ding nein lasst mich wieder runter Junge was ist das für ein Aufzug der 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 nur nach oben kann na gut ihr habt es so gewollt ihr Idioten oh und jetzt schaffe ich nicht mehr das da wie wie wieso wieso macht ihr das ich will doch einfach nur oh ok ich will da ich will das nicht hier seid doch viel hier seid doch hier seid doch hier seid doch sadisten sei dir wieso ich ich schaffe jetzt gar nichts mehr vertrau in der Macht Tobi da wird's schön du wirst es schaffen wuhuuu wie beim ersten Mal wo du alles so siehst du und jetzt das schaffst du auch mit einem Mal wie beim ersten Mal ja leck mich doch gut bitte speichern lass mich in Ruhe Junge jetzt muss ich mich ausruhen wieso geht's ah ja jetzt wieso äh geht das nur äh hier ne das ist ein bisschen seltsam ok äh das kann ich benutzen das kann ich nicht benutzen Adel uiuiui zieht aber gut aus aaaah leckumio was ist denn das da was ist das da was ist das da oh lass mich in Ruhe ich wollte nur auf Playmobil spielen aaaah gib mir in Stim auuu du Puppel aaaah wieso mach ma wieso macht das auuu jetzt hör mal auf jetzt chill haaah 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 haaaah haaaah alter da hat jemand seine seine keine Ahnung Aggressionen nicht unter Kontrolle huuuu ich sag ich nur drei Worte Anti Aggressionstherapie Junge das ist bei dem falsch geworden nein ja und das das hab ich jetzt geblockt wieso wieso k haaah blue ja mein Leben ist so scheiße gebrauchen das schlapper 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 Ja, Entschuldigung, ich hier schon noch, oi, 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 und was, was hat er hier eigentlich drin gemacht? Weil hier so, so lange, er hat gewartet, bis die, äh, Eiswand hier zugefroren ist, und bis jemand hier vorbeikommt, und dann kommt er raus, so, ey, warte, da kommt jemand. Junge. Oh, okay, das, Offizier Crane, das ist fies. Äh, die Überrein, ja, okay, das ist echt gemein. Ich meine, beim, ähm, beim Imperium waren ja auch nicht alle gemeint. Du wirst mich doch verquacken, aber da ist eine goldene Schatztruhe. Aber, ich weiß, dass ich das niemals schaffen werde. Da, da muss ich später irgendwie hin. Aber ich, ich weiß nicht wie. Ah, okay, das, das kann ich wahrscheinlich, wenn ich den, äh, den Pull habe. Warte. Ja, schaut doch nicht so doof hier, ähm. Und wie wär's damit, hä? Ich hätte das aktivieren sollen. Ach, das ist doch. Gerade funktioniert gar nichts. So, keine Zeit für Nettigkeiten. Du hättest dich auch festhalten können, ne? Oh, das war die falsche Taste. Ja, ich hab das zu spät gesehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich verstehe. Ich finde schon eine Lücke. Er, er gehört mir. Ihr seht aus, als ob es so verwundert. Hm. Mhm.